Was? Dieser Fluss hier ist nicht kalt? Das ist nicht angenehm, komm raus da bitte. Viel Kaka! Ich steh mir da keine toten Viehschen und so. Da vorne schlau ich einen. Steck raus. Bleib da drinnen jetzt. Nein, ich wollte die verkehrte Psychologie anwenden. Wenn ich sage, bleib drin, dann musst du rauskommen. So, danke sehr. Super, bravo, bravo. Und die Mama fragt, warum die Klappen so nass sind. Was sagen wir ihr da? Du bist im Donnerkanal spazieren gegangen. Ja, ich kann auch schnell das spazieren. Das spiel ja nicht so blöd. Ich spazier. Wir gehen spazieren, aber nicht im Donnerkanal, hat es geheißen. Müssen wir das ganz genau sagen? Nein. Jetzt machst du alles raus, gell? Ja, gut. Habt ihr gesagt? Na gut. Nächstes Mal gehst du spazieren? Ja, nächstes Mal gehst du spazieren? Ja. Gut, okay. Dann fahre ich dich von deinen...